Auf den Wolfgang Ecker entfielen 98,21 Prozent. Herzliche Gratulation und ich darf auch dich fragen, lieber Wolfgang, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl sehr gerne an. Dankeschön. Der Vorstand des Wirtschaftsbundes Niederösterreich ist neu gewählt und das Ergebnis war überzeugend. Der neue Präsident heißt genauso wie der alte, Wolfgang Ecker, der für seine Arbeit der letzten Jahre belohnt wurde. Eine Bestätigung für mein Team, eine Bestätigung für mich, dass wir die letzten Jahre doch nicht so schlecht gearbeitet haben können. Ich habe eine große Freude damit, weil es wirklich eine Bestätigung ist, dass wir in den richtigen Wegen unterwegs sind und wir werden auch diesen Weg fortsetzen. Der Wirtschaftsbund ist ja nicht nur eine politische Interessensvertretung für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern vor allem auch ein ganz wichtiges Sprachrohr. Ein Sprachrohr, das sich einbringt sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene. Unternehmer haben den Hausverstand in ihrer DNA. Das war nicht nur das Motto des Wahlabends, sondern zog sich auch durch die Betriebsbesuche des Wirtschaftsbundes. Und das haben wir alles einfließen lassen in die Mission Hausverstand und haben mit diesen Informationen, mit diesen Themen, was wir bekommen haben, ein Programm bis 2030 bereitet gelegt. Aber die Herausforderungen, die auf die Wirtschaft zukommen, die sind klar. Wir haben die Energiekosten, wir haben den Mitarbeitermangel. Das sind Herausforderungen, die uns ganz, ganz stark treffen. Auf der To-Do-Liste steht die Nutzung der Digitalisierung auf allen Ebenen und der schon bereits angesprochene Fachkräftemangel. Dazu gehört sicher qualifizierter Zuzug aus den Drittstaaten. Man muss so ehrlich sein und sich eingestehen, alleine aus Österreich werden wir den Fachkräftemangel nicht stillen können. Eigentlich muss man sich jeden Tag neu erfinden, weil man jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Doch wo liegen jetzt die größten Benefits des Wirtschaftsbundes für Unternehmer? Ich glaube, es ist einfach eine gute Gemeinschaft von Unternehmerinnen und Unternehmern, wo man Ansprechpartner findet und wo man sich gut austauschen und vernetzen kann mit Gleichgesinnten. Der Wirtschaftsbund setzt sich mit vollem Elan für die Interessen von uns allen Unternehmern ein. Das größte Benefit ist die Größe des Wirtschaftsbundes. Das Netzwerk ist atemberaubend, das kann man durchaus so sagen. Und wenn die was wollen, dann wollen sie es für viele und deswegen haben sie eine große Kraft. Als Unternehmen stoßen wir mehr oder weniger jeden Tag an irgendeine Regelung, irgendein Gesetz und da ist der Wirtschaftsbund ein wichtiger Partner. Große Herausforderungen sind zukünftig für niederösterreichische Unternehmer zu meistern. Mit seiner Zukunftsstrategie ist der Wirtschaftsbund Niederösterreich auch die nächsten Jahre ein wichtiger Partner für seine Mitglieder.